An ihrem Namen kommt aktuell keiner so schnell vorbei, Julia Beautix. Die YouTuberin und Influencerin ist nicht nur auf ihren Social-Media-Plattformen mega erfolgreich, auch ihre neu begonnene Karriere als Schauspielerin kann sich durchaus sehen lassen. Neben der ZDF-Fernsehreihe Frühling, dem Kinofilm Das schönste Mädchen der Welt und einer Synchronsprechrolle in Sing, Die Show Deines Lebens, konnte Julia Beautix auch eine Rolle in der neuen ZDF-Serie Gestern waren wir noch Kinder ergattern. Zudem wird sie in der neuen Let's Dance-Staffel zu sehen sein. Was ihre Karriere betrifft, hat Julia anscheinend alles im Griff. Doch was macht das Liebesleben der Influencerin? Am 1. Januar 2021 machte sie ihre Beziehung zu Matthias Schubert durch ein gemeinsames Foto auf Instagram öffentlich. Seitdem erscheint der Medizinstudent regelmäßig auf ihrem Profil oder in ihren Videos. Neben seinem Studium ist Matthias auf TikTok aktiv, wo er fast 500.000 Follower hat. TikTok ist auch der Grund, warum Julia und er damals zusammengefunden haben, wie Julia im Place2be-Podcast verriet. Ich habe damals ein YouTube-Video gemacht, wo ich versucht habe, sein TikTok nachzumachen. Er hat einen Clip gepostet, in dem man sieht, wie man sich aus Kabelbindern befreien kann. So Julia. Darauf habe Matthias sie angeschrieben. Bisher führten die beiden eine Fernbeziehung. Doch nun hat sich Julia Beautix dazu entschlossen, ihre Heimat zu verlassen, um mit Matthias zusammenzuziehen. zusammenzuziehen.